Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Gestern habe ich bereits ein Video zu Phantom Liberty veröffentlicht, in dem ich auf die ganzen Neuerungen eingegangen bin. Link zum Video findest du in der Box. Heute kommt der zweite Schwung an Informationen, die ebenfalls ziemlich interessant und bedeutend sind. Nachdem ich mir mehr internationale Berichte zu Phantom Liberty angeschaut habe, kann ich klar festhalten, dass Phantom Liberty nicht einfach nur eine Erweiterung ist, sondern vielmehr wird die Erweiterung zusammen mit dem wahrscheinlich größten Update, das Cyberpunk 2077 jemals bekommen hat, zu einer völlig neuen Erfahrung führen. Ob die am Ende besser oder schlechter ist, kann man nur durch eigene Spielen herausfinden. Glücklicherweise werden wir die neue Version von Cyberpunk bereits mit dem kommenden Update sehen können. Die Eindrücke der Leute, die Phantom Liberty und damit bereits das Update spielen konnten, sind aber durchweg positiv, was schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. Wir wissen nun auch, an welcher Stelle ungefähr die Erweiterung im Hauptspiel ansetzen wird. Dazu sagte Game Director Gabe Amatangelo, dass man dafür den Handlungsstrang der Voodoo Boys erreicht haben muss. Der Handlungsstrang beginnt, wenn wir uns in der Kapelle im Pazifika mit dem Kontakttreffen, dessen Informationen uns zu Placid bringen. Der Handlungsbogen endet damit, dass wir nach dem Spaziergang im Cyberspace, also mit dem Treffen mit Alt, in der Station der Voodoo Boys aufwachen, also nach der Mission Transmission. Irgendwo zwischen den Hauptmissionen, die sich in Pazifika abspielen, wird dann die Initialmission von Phantom Liberty liegen. Welche dieser Hauptmission in Pazifika tatsächlich der Trigger ist, ist aber nicht bekannt. Viele fragen sich nun, ob man mit Cyberpunk 2077 auf jeden Fall einen neuen Durchgang starten muss. Das ist tatsächlich Ansichtssache. Aber du solltest wissen, dass du auch die Möglichkeit bekommen wirst, direkt beim Anfang der Erweiterung zu starten, was bedeutet, dass du mit V einen frischen Start hinlegst, aber bereits vom Level, den Fertigkeiten und den Fortschritt bei den Hauptmissionen entsprechend weit vorangeschritten bist. Dieses Feature gab es bereits in Witcher 3. Du startest dort mit zurückgesetzten Punkten und alle Hauptmissionen sind abgeschlossen. Du kannst aber weiterhin alle Nebenmissionen und Aufträge erledigen. Wird das so übernommen, würde es auch Sinn ergeben, weshalb man die Buddy-Missionsreihen, also die von Panam, Judy, River und Carrie, in Nebenmissionen gepackt hat, obwohl sie so wichtig für das Spiel sind. Man startet dann nach allen Hauptmissionen, aber natürlich noch vor der letzten Mission, in der wir uns mit Hanako im Embers treffen, weil diese Mission natürlich die Weiche zu allen Enden ist. Es bleiben dann trotzdem alle Nebenmissionen, inklusive den Buddy-Missionsreihen, alle Aufträge und natürlich auch die NCPD-Verbrechen, die man dann eben noch angehen kann. Wie es dann allerdings mit den Entscheidungen steht, die wir treffen, ist nicht klar. Zum Beispiel haben wir die Entscheidung, was mit dem Netwatch-Agenten passiert, oder wie wir mit dem Voodoo Boys verfahren. Ich denke mal, man wird hier stets die optimalsten Entscheidungen wählen, damit man ein möglichst offenes Spiel in Phantom Liberty hat. Allerdings würde es die Missionsstruktur in Cyberpunk auch locker zulassen, dass nur der entscheidende Strang der Hauptmission als erledigt gilt. Also alles, was mit den Ermittlungen in Richtung Evelyn Parker und eben den Voodoo Boys zu tun hat. Beides ist denkbar und eine dieser Lösungen wird es am Ende wohl werden. Wie bereits gestern im Video erwähnt, werden wir in Phantom Liberty nicht ganz einfache Entscheidungen treffen müssen. Es wurde nun auch bestätigt, dass Phantom Liberty darauf basierend verschiedene Enden haben wird. Diese führen dann zu Konsequenzen im Hauptspiel in Bezug auf die Enden im Hauptspiel. Das bedeutet, dass das, was wir in der Erweiterung entscheiden, bzw. was wir tun, sich auf jeden Fall auf die Enden auswirken kann. Ob diese Auswirkungen gleichrangig in allen Enden stattfinden, ist aber nicht klar. Es könnte durchaus sein, dass man eben in Ende X keine oder kaum Auswirkungen hat, während Ende Y sich komplett verändert. Zum Thema Fahrzeugkampf habe ich dann noch eine Ergänzung zu den Infos von gestern. Der Fahrzeugkampf wird wohl mit Update 1.7 kommen. Wir können aus Fahrzeugen schießen, Fahrzeuge hacken und es wird Fahrzeuge mit Bewaffnung geben. Wenn wir uns dann in einem Kampf mit einem anderen Fahrzeug befinden, wird es aber nach dem Update auch möglich sein, die Fahrzeuge deutlich detaillierter zu zerstören, als das bisher der Fall war. Zum Beispiel werden wir Reifen aufschlitzen oder eben Platz schießen können, was dem Ganzen wieder eine ganz eigene Dynamik beschert. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Kommen wir zum nächsten Update, denn da gibt es nun auch weitere Infos. Ich hatte gestern bereits die neuen Systemanforderungen gepostet, aber hier nur das Bild ohne weiteren Kontext aus dem Web gezogen. Dadurch ist mir gestern eine Info durch die Lappen gerutscht, die es in Bezug auf das kommende Update gibt. Denn in der News heißt es, zum Auftakt der Vorbestellung von Phantom Liberty möchten wir unsere derzeitigen Systemanforderungen aktualisieren, damit Spieler genau wissen, was sie für das Spielen von Cyberpunk 2077 benötigen und die zu erwartende Performance des Spiels einschätzen können. Diese Änderungen treten nach dem nächsten Update des Grundspiels in Kraft, frühestens in 90 Tagen und gelten auch für Phantom Liberty. Die Formulierung ist recht klar, es wird ein Update geben, das frühestens in 90 Tagen erscheinen wird, also somit frühestens ab dem 9. September 2023. Da hier nicht erwähnt wird, um was es sich für ein Update handelt, kann man jetzt auch nicht darauf spekulieren, dass womöglich noch ein kleines Update dazwischen kommt, also irgendwas mit 1.6 und noch was dahinter. Würde da jetzt Major Update stehen, dann könnte man da jetzt noch spekulieren, aber so müssen wir uns nun wohl darauf einstellen, dass wir bis zum September keinerlei Updates sehen werden. Offenbar ist man hier recht selbstbewusst, was den Zustand des Updates betrifft, so dass man wohl hier nicht mit größeren Problemen rechnet. Hier darf man nur hoffen, dass die Einschätzung so auch richtig ist und dass es mit dem Update keine größeren Probleme gibt, die man erstmal beseitigen muss, bevor dann eben der Release von Phantom Liberty ansteht. Kommen wir zum Bundle, das es jetzt auch schon gibt. Das ist gegenüber dem Einzelkauf etwas günstiger. Man liegt bei rund 55 Euro, wobei die Preise leicht nach Plattform variieren. Wenn du eine PC-Version suchst, dann bekommst du das Bundle aktuell am günstigsten im Epic Store. Da liegt man dank aktuellem Gutschein bei 52,49 für Hauptspiel und Erweiterung im Bundle. Völlig kostenlos gibt es aber auch etwas und zwar im GOG Store. Aktuell gibt es dort ein Goodie-Paket, das auch neues Material zu Phantom Liberty enthält. Dieses Goodie-Paket soll es nur wenige Tage geben, also wenn du daran interessiert bist, dann solltest du dir das auf jeden Fall mal abholen. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, dem deutschsprachigen offiziellen Trailer. Bestimmt haben gestern viele Chooms nach einem deutschsprachigen Trailer gesucht und dann verwundert festgestellt, dass es scheinbar keinen gibt. Doch es gibt einen. CD Projekt hat den nur extrem gut versteckt. Irgendwer kam nämlich auf die glorreiche Idee, den Trailer nicht auf dem offiziellen Cyberpunk-Kanal zu veröffentlichen, sondern auf einen völlig neuen Kanal. Offenbar in der Hoffnung, dass der nagelneue Trailer, den ja jeder sehen will, für extremen Zulauf auf dem neuen deutschsprachigen Kanal von CD Projekt Red sorgen würde. Das Ergebnis gestern war dann aber, dass nach Stunden erst einige hundert Aufrufe zu verzeichnen waren. Nur ein paar hundert Leute haben das Video überhaupt gefunden und wahrscheinlich nur deswegen, weil es ihnen irgendjemand gesagt hat. Ist ja auch klar, bei dem ersten Upload bei YouTube, da funktioniert das so nicht. Ich habe dann beschlossen, den Trailer bei mir hochzuladen, weil ich nun mal in diesem ganz speziellen Fall die höhere Reichweite, naja insbesondere bei Cyberpunk 2077 Fans habe, so dass ich damit deutlich mehr Leute auf den Trailer aufmerksam machen konnte, als dass ich irgendwo in die Kommentare einen Link gepostet hätte. Aber lieber wäre mir natürlich gewesen, dass der Trailer auf dem offiziellen Kanal zu Cyberpunk erschienen wäre, wie es eben sonst auch der Fall ist, denn dann hätten es sicher alle mitbekommen, die danach suchen und damit eben auch die, die mir nicht folgen oder meinen Kanal nicht mal kennen. Ich packe dir den Link zu dem neuen Kanal von CD Projekt in die Videobeschreibung. Ich empfehle dir auf jeden Fall, dort direkt vorbeizuschauen und zu abonnieren, damit du beim nächsten Mal auch das findest, was du suchst. Tschum, das soll es auch schon gewesen sein. Es folgen weitere Videos zu Phantom Liberty. Wenn dich das Thema interessiert, dann behalte diesen Kanal gerne im Auge und du weißt ja, da gibt es so eine komische Abo-Funktion, wenn du die benutzen magst. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.